Moin 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 Leute, Willkommen zu Runde 2 von Metal Gear Rising Revengeance Kapitel 1 oder 0 in dem Fall haben wir schon abgeschlossen gerade Mit Kampfrang C Mal schauen was als nächstes kommt Johnny ist am Zug Johnny ist am Zug Ja, schauen wir mal Also dauert es nicht lange bis ich dran bin Wohlverschämtheit Ja Das war das Spiel aber nicht Ja Wie ist es, Trader? So far so gut Ich habe ein künstleres Viszum Ich habe ein künstleres Viszum Wie ist es, Trader? Direkt feed to your optic nerve Ja, ich hoffe so Ich meine, wie fühlt sich das? Wie fühlt sich das? Wie ein künstler? Wie ein künstler zu einem künstlerischen Kontrollen Wie ein künstler zu einem künstlerischen Kontrollen Ha! Wir werden dir in sicherlich, Tavaric Wir werden dir in sicherlich, Tavaric Just relax, und enjoy the ride Right Kannst du mich hören, Raiden? Dr. Laura Ja Wollt ihr zwei Proceduren Um, zu behalten Ihr neue Körper Seizieren Nanorepär Units von Deine Und Absorben Ich habe es Ja Die Cyborg-Syborg-Syborg-Syborg-Syborg-Syborg-Syborg-Syborg-Elektrolyte Die Sie 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 Ich liebe Kapitalismus Ich liebe Kapitalismus Ich liebe Kapitalismus ich mag den tüten nicht ich finde lustig ja ich glaube von diesen von diesen linken händen gibt es insgesamt 20 im spiel ich dachte dass wir jetzt bei jedem gegen einen wir werden extra also kann man die aber auch verfehlen kannst du spielstandübergreifend ich glaube ich zumindest oder ich weiß gar nicht mehr was sind das für abwärts ich weiß nicht was ich glaube es ist ein Teil auch kostüme und so glaube ich ich habe es immer gerne das ist warum sie uns andrei dolsoev leader of the occupation forces an extremist linked to both the st petersburg massacre of 2015 and last year's terrorist free in georgia and his arm supplier none other than desperado enforcement llc and money's killers if we don't stop them here they could destabilize the entire region but our more immediate problem is jet stream same oh yeah believe you've met the only problem i see is that nickname i've got my enhancements this time he won't be an issue he may not even be in country but keep an eye out justin sorry ready for insertion stehe ich eigentlich aber auch nicht weil er ist sowieso fast roboter und ja gut ich weiß noch mal wahrscheinlich schon künstlich von der wasser auf der seite war ein pupille auch stimmt künstlich ich habe an schicke stiefel irgendwie nicht ich finde ich finde das neue design ziemlich geil ja bis auf diese komische augen stört mich irgendwie ja das hat dieses solid snake ding glaube ich ich weiß gar nicht ob der das auch wie gesagt ich habe die anderen teile nie gespielt ich meine der jetzt auch sowas kann sein ich meine sie ich denke diese codec gespräche die die erzählen zwar so ein bisschen hintergrund geschichte aber ich denke die können wir uns jetzt sparen sind schon recht zeit fressen was die katze diese ausgeglichen die katze na komm mal weiter weiß wie die katze heißt das ist jetzt die katze na gut so let's go hey ho das war jetzt auch ein guter ambush war ja jetzt bin ich komplett unverbreitet WTF komplett unverbreitet anstatt dass sie sich irgendwo von hinten immer so an und ja man kann jetzt warten und so auch verbessen Schreck dich an. Du hast deine Daten nicht zu mitgegeben. Oh. Ja, okay. Tue ich ja, wenn du siehst. Geh ich. Was machst du denn? Drück mal in die falsche Taste. Das Glocken. Ja. Ja genau. Lupsi, Lupsi. Okay, jetzt weiß ich mal wie's geht. Das ist schön. Ja, drücken müssen. Ne, ne, Güte. Neues Schwert, neues Equipment. Da muss ich mich erst noch dran gewinnen. Klar. Vor allem die Steuerung dieselbe ist. Heiß mal. Jetzt wirst du die Zuschauer noch nicht. Jetzt schau. Jetzt schau. Ja. 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 Na ja. Ja. щut. Sieh. Was ist das? Was ist das Dreck aus? Du hast ja dieses Highlight, wenn du stirbst, dann halte ich das wieder. Wo reicht das denn? Weiß ich nicht. Da. X. Perfekt. Kannst du, glaube ich, bis zu 5 und tragen? Ziemlich praktisch, okay, voll. Aber links, da braucht man auch noch eins. Da oben, oben. Ja, das war ja schon. Hier kommt er noch. Ja, auf der ist das am Sonnen. Ja. Perfekt. Hups. Profi. Dankeschön. Immer gern. So. So. Jetzt mach das mal richtig. Nicht so wie letztes Mal. Da hast du ja wohl verkackt, ja? Nein, hast du verkackt. Guck mal hier. Guck mal hier. Wie eine Katze. Wie die Katze vorhin. Man sieht's. Komm, der drückt mich um, der sieht mich nicht. Fack. Weg ist er. Hey, excellent, Raiden. Oh. Ha. Alles klar. So, wieso? Hab ich sogar den Holochip noch mitgenommen. Der ist nämlich Mittel. Das Geld. Da unten, ja. Du hast übrigens nicht ewig Zeit dabei, ne? Also, die zu retten. Irgendwann schießt er den einfach. Oh ja. So, jetzt führe ich die auf dem Boden. Oh ja. Was machst du hier? Diese Umgebung ist auf die Grenzen. Was? Nein. Ich mache nichts. Können wir einfach ihn töten? Es wird leichter sein. Wir sollten sie auf den Boden gefahren. Ja. Der Schrei. So. Und jetzt den auch noch. Und dann ist gut. Oh. Weg damit. Ja. Da liegt noch was links. Das sind zügig. Achso. Nein, da. Ich dachte schon. Da liegt noch was. Ja. Ui. Da liegt noch was links. Ja. Das war blöd. Bitte. Danke. So. Mal gucken, ob du den nächsten aufkriegst. Wann, du geh noch mal zum Zivilisten. Laute. Ja, safe. Komm schon. Kann mich umarmt. Warum umarmt ihr mich nicht? Weiß ich nicht. Ziemlich undankbar. Du weißt das. Dann kriegst du auch nicht mehr. Scheiße. So. Ich glaube, ich geh mal lieber hier oben. Ah. Guck mal, da ist was. Hm. Ich hab schon mal die beste Waffe im Spiel gefunden. Ja, eine Handplanade. Klar. Ja, eine von fünf. Ein ganzes Spiel. Nee. Kannst du nur bis zu fünf tragen. So. Das nicht mehr? Nee, muss rechts lang. Da. Scheiße, geht's gar nicht mehr. Äh. Äh. Wie bleib ich jetzt hier? Du musst weitergehen. Ja, aber wie bleib ich jetzt hier undetected? Gar nicht. Das ist eine Katze. Achso. Ich dachte, ich muss immer nach oben bleiben. Nee. Das ist ja nur Option. Muuu. Kann es bleiben. Maybein. Ich trage mich auf, peut-IG. Nee. Lena. WTF? Okay. Oh, das war Böse. so ein arschloch ja ich würde sagen das war d Was sollte das denn jetzt? B. Immerhin B. Ich glaub es gibt nur das D, also B ist das schlechteste. Aber ich dachte, da lag jetzt so ein rechter Arm auf dem Boden. Nein. Der kommt erst später im Spiel, der erste. Da stand aber der rechter Arm. Ja, aber da stand aber der rechter Arm. Keine Ahnung. Sekundärwaffe wechseln. Da hast du noch einen. Toll. Hups. Du hattest einen? Oh. Und du bist detected. Ja, was hab ich dagegen machen? Die Gegner erledigen. Du hast selber zurück, Alter. Und mit Panzerpupse. Wieso hast du dich jetzt gehalten? Hattest du noch fast vor. Ich hab mich nicht gegen Halt gedacht. Irgendwie hast du dich gehalten. Ui. Wahrscheinlich bin ich einfach... Augenblicklich gestorben, Alter. Ne, ne. Oh, die gehen dir aber gut. Oh, die gehen dir aber gut. Oh, die gehen dir aber gut. So, okay. Kannst du mal erst lernen und es hören. Ich schätze, ich bin dann. Raiden. Ja. Das kann nicht passieren. Raiden! 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 Brauche ich nicht. Halt's mal. Sehr gut, Raiden. Now, keep heading for refinery. So. Okay, wenn du jetzt aber keinen S-Rank kriegst, dann bin ich sehr enttäuscht. Ja, aber schon S-Rank. Ja, gut, das ist ja auch einfach, wenn man nicht direkt eine Granate wirft. Tja. Sollst du ja auch eigentlich nicht. Ja, vielleicht habe ich aus Versehen eine falsche Taste gedrückt. Kannst du den Ball? Okay, das hat er bei mir ist das. Ja, ja. Oit. Oit. Ja warte mal, warte mal. Pam. Physi, sieht dieelve aus. Wie ist das? Oah, das kann ich nicht! Mensch. Ah, es istиком jetzt. Engst duque aus, dass wir das schon? Aber du hast ja noch ein Leben. Was? Boah, das brauch ich doch gleich. Das brauchst du, ey. Gegen eigenen Dingen kämpfen kann ich auch. Das ist ja so easy. Auf Gottes Willen. Ich hasse diese Dinger. Schön, dass sie geht, ey. Oh ja, komm. Jetzt reicht's. Ups. Oh nein, du hast es verpackt? Ich hab's echt verpackt. So, jetzt machen wir fertig. Ich muss nicht tasten dafür, oder? Tja. Das Geile daran ist, dass man in dem zweiten... Da kann man machen, oder? Ja, das ist das Geile. Ich mag die mal mit Tasten. Aber es kommt auf die Situation, aber... Wenn du testest, ist es zu easy. Fick zu easy. So. Oh, ich glaub da kommt der, ne? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hört zu mir scheiße. Oh nein. Nicht schlecht, nicht schlecht. Stirb schon endlich. Das gibt's doch nicht. Fällt mir aus. Was? Was? Das war echt krass. Liegt der Nerf in der Galater? Ich glaub's auch vielleicht. Was? Oh weia. Eigentlich sollten wir das rausschneiden. Eigentlich sollten wir das rausschneiden. Aber wir sind ja noch weiterhin scheiße. Ja stimmt. Das bleibt doch so. Das erste Betrachtung. We're picking up a wireless transmission near your... From the... Check it out. We may be a... Juhu. Warum überspringst du das? Vielleicht haben die Leute das noch nicht gesehen. Das ist ja... Die Person. Die einzige, die es guckt. Kann sein. So. Ah ja genau, ich fahre. Das ist von Auergut. Wir brauchen jetzt nicht. Wirst die machen? Nee. Was ist das denn? Das ist einfach nur so... Wo du Gegner legen musst oder irgendwas in einer bestimmten Zeit machen musst. Keine Ahnung. Die sind nicht storyrelevant. Deswegen lassen wir die einfach mal weg. Aber machen die Spaß? Nee. Eigentlich nicht. Eigentlich sind die ziemlich dick. Mehr als dieser Gegner. Bin ich leider. Naja ok. Das kann sein. Obwohl diese Gegner kommen ja auch irgendwo vor. Ah. Der hier? Wer nicht. Der macht mir auch Spaß. Bist du denn? Boah, ich hasse den Wasser. Ja ok. Dann kann er zuschauen. Bei mir ist es ja schnell vorbei. Ja. Ob positiv oder negativ. Du wirst dich nachher rausstellen. Negativ. Hm. Doch. Dann werde ich mir nicht so sichern. Ich schon. Ich hab's eben gesehen. Ich hab den jetzt schon mal gesehen, der geht. Ich weiß, dass es wieder geht. Ich bin der hier. Nein. Und du bist? Ich bin der Info-Prototype LQ-84i. Und du bist? Ich bin der Info-Prototype LQ-84i. Ist die deutschen Übersetzung, oder? Ja. Wir sind echt furchtbar. Wer sieht denn Roboter? F***. F***. Er hat halt gute Manieren. F***. Du sagst nicht. Hm. Okay, dann. Was ist das Sinn der Leben? Warum sind wir hier? Guck, da fängt er dann diese Messer mit den High Heels. Fängt er die Messer mit den High Heels. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Und dann noch einen schönen Trick. Zack. Das ist es? Ein ziemlich einfaches Denken für so ein mächtiges Intellekt. Verdammt. Ich kann Analyze Analyze, aber ich kann sie nicht. Ich kann sie nicht. Wenn ich ein Direkt Analyze anbieter werde, mein Geheimnis wird verletzt. Ich muss dich verletzen. Was ist ein Intellekt, wenn du ihn nicht benutzt kannst? Deine Taunung ist pointless. Exterminate! Ich bin der Meinung nach. Ich bin der Meinung nach. Komm, dann. Ich bin der F***. Ich bin der F***. Nein, es. Nach dem ersten Drittel durch das Kampf ist. Alter. Und gleich ist es vorbei. Und schüss. WTF? Ja, das kriegst du aber nicht besser hin. Das sagst du jetzt schon. Ja? Ja? Das packst du nicht besser. Sehen wir mal. Water. Ja. Das verlangen wir mal. hat ich nicht in diesen kisten versteckt ja ja dann werden wir jetzt schon zwei ja 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 ist aber in die Ecke geht's. Das ist aber echt gut gestoppt. Ja. Jetzt kommen wir da so ein Kattchen. Ja genau das. Du kannst ja mit allem in den Alltag gehen. Ja okay, die ist... Ja. Du bist ja alleine, oder? Ja, der greift aber nicht so an wie ich will. Was kann ich denn mit dem? Kann sein. Kann sein. An dem bin ich beim ersten Versuch echt oft gestorben. Als ich nur nicht wusste wie immer die Besiegt. Aber ich muss das blocken anziehen. Ich liebe das, wenn bei den Bosskämpfen dann der Gesang-Einsätze nach dem letzten Drittel des Kampfes. Das macht es irgendwie nochmal geil. Du, du Du, du Du, du Du. Ja, ich bin Photoshop, du Du Du, du du Du. Ihr Intens sagt, ob du du. Ich arbeite mich. Herr, du du Du! Ich weiß nicht die landschaft. Ich bin so gut, du du du. ja das ist ja auch so bitter dass sie dann ihre letzten worte rufen die mich an dieser scheiß klingeln ja 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 stimmt die kaffee hat mich aus dem haus gebracht ich bin recht viel scheiße gebraucht haben wir vier leben schon geld da datenspeicher 1 und 2 20 stück kannst du einen von den robotern spielen das ganze spiel oder einen von dem schild kann gar nichts aber sonst ja hier Wir reiten hier. Nein, 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 auch nicht. Toll, das sah ja gut aus. Der ist doch noch einer, aber schon so einfach weiterzugeben. Ah, den Kampf kenne ich aber. Der ist so eine Scheiße, glaube ich. Hä, der ist einfach nicht dran. Nein, aber gegen die Helikopter-Kreis. Ja, der ist nicht dran. Oh, hoffe da. Ja, gut. Nice. Ja, auf jeden Fall. Schön. Hoffentlich müssen wir den ganzen Dosen anbieten. Nein, natürlich nicht. Oh, jetzt hast du den Typen noch hier gelassen, oder was? Nö, der ist weg. Ich dachte mir nichts mehr. Nächst mal. Das ist besser. Naja. Oh, da hast du aber Glück. Okay, jetzt mal eins. Ja. Guck. Warum kann ich sowas nicht? Das wär echt praktisch. Was? So zu rennen, ne? Ja, so die Wandtuch einfach mal. Ja. Unter anderem. Unter anderem. Ja, jetzt muss ich abschießen, ne? Ja, ja. Irgendwann ich das eh wechseln. Ja. 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 Das ist aber gar nicht so. Ne, das ist echt nicht so. Ne, das ist echt nicht so. Feuer. Ne, du hast nicht. Hab ich den nicht? Ja, du hast nicht. Aber das musst du mehrmals machen. Ja, ich hab da gar keine mehr. Ja. Ja, die liegen überall rum, ne? Oh, guck mal. Das andere. Ah, krass. Schüsse. Möchte er was würden, um da drauf zu kommen? Ja, such mal Radman. Die müssen eigentlich überall rumliegen. Ja, genau. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ich mach den Rüsselfisch, ne? Ja. Ich seh mal weiter, ne? Ja, da weiß er liegen die Runde, ne? Ich hab zumindest so ne Erinnerung. Ja. Ja. Okay, hab ich das noch? Ja, ich hab sie. Ja. Ja. Okay, hab ich das noch? Ja, da schießt jetzt wieder herunter. Okay. Jetzt kannst du. Hast du nur durch. Natürlich. Der liegt wieder unten. Hiss? Der erschöpfte Helikopter ist mit auch nicht Sinn. Jaja, das ist so. Aber auch ein bekannte Jargon. Bei Black Hawk Down sagt man im Deutschen auch, mein Helikopter ist erschöpft. Toll. Gut, dass es so gar keinen interessiert. Ja, erzähl du was Schönes. Nee. Ich hab Hunger. Das ist schön. Okay, klar. Kann ich eine schöne Pizza machen, wenn ich zuhause bin. Hm, Pizza. Ich gehst dann vor dem Abend. Schlafen gehen schon. Au! Ich hab ja noch viel nehmen müssen. Pizza Hawaii, ja. Geht so, ne? Pizza Hawaii, was? Pizza Hawaii hatte ich. Ohne Ananas, die mach ich mal. Oder was ist da drauf, Ananas? Keine Ahnung. Mach ich mal runter. Hab ich denn jetzt? Ich hab da mehr gefunden. Aber ich hatte halt keine Anrufe zu haben. Und ich hab rum. Cool, das piekt das nicht ganz anders. Ich stirb einmal und dann hast du wieder voll. Schau mal. Was machst du da eigentlich? Nee, aber keine Munition mehr. Ich muss ja irgendwie was unternehmen. Ja. Ist der andere schon tot oder ist es? Nee, ist nur der. Der andere ist weggeflogen da drin. Der andere ist schon oben da drin. Jetzt kommt es nicht ran. Ja, ich suche ihn nach dem Fütchen. Die sind weg. Musst du ihn jetzt so erledigen. Wie denn? Ich suche jetzt so rein. Ja, doch auch. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh. Jetzt kannst du ihn nochmal zerschneiden. Perfekt. Ich komm für dich, Bitch. Komm mal. Warte, warte. Ja, okay. Scheiße. Junge, Junge. Falsch. Da hast du gedrückt. Ja, jetzt. Da kommst du nicht weiter. Ja, ich mach ihn nur. Okay. Was machst du denn? Du sollst springen und dann... Sensieren. Ja. Slow motion. Ja, sensieren sowas. Slow motion. Ja, sensieren sowas. Wie such ich das? Bumm. Jetzt kriegt es nicht mehr. Das war mir klar. Du hast gar keine Energie. Du musst aufladen. Das sind Schläge. Stimmt. Ich sehe es oben links da. Unter den Nebensbalken. Wenn du es voll ist, dann ist es blau. Dann kannst du es essen. Boot machen. Boah. Bleib der mal stehen. Also musst du jetzt einfach hauen. Ein, zwei Hitze und dann kannst du es machen. Okay. Aber will mich. Du hast ja diesen Kampf, ne? Du bist so langweilig. Ja, ich bin halt nicht so schnell. Ach, scheiße. Ich komm, lass mich mal. Geh weg. Ich bin jetzt fertig. Du bist ja morgen noch dran. Ja, aber das ist der erste Boss, den ich beim ersten Mal hast. Das ist ja nicht mein Boss. Das ist einfach nur ein dummer Hubschrauber, dem es kann. Aber mehr als du. Ja, wenn ich den Hubschrauber könnte ich das auch ein bisschen. Ja, du kommst ja nicht ran, lass mich doch mal. Ich weiß ja, wie es geht. Komm her, bitte auf. Hey, lass uns schauen. Hä? Jetzt. Zerstört. J אני morpus. Jee, nur drei Stunden. Ich sag euch jetzt. Das war, äh, das war ein Triumphverlust. Na klar. The Fighting Style. Die. Gut, weiter geht's. Bye. der stadt machen zu spät der ziel ist es dann Ich glaub bei der PS3 gibt's da 15 Listener, die Rückenbretten ist, nur Schildrophäe, aber so Storytouch nimmt das eigentlich nix. Kann auswirken. Kann auswirken. Kann auswirken. Der ist tot. Mach mal den da oben halt. Deswegen mache ich das mit Tasten. Ja, aber das ist auch wieder zu easy eigentlich. Ja, okay. Du kannst dich so anjumpen, die Dinger. Achso? Ja. Ja, okay. Das ist okay. Wie? Wie ist denn? Immer noch, ne? Das ist aber auch möglich. Komm schon, Schatz. Ja, mit Tasten ist das ja easy. Ja. Gut, ich habe die Tasten jetzt. Wie ist das? Wie ist das? Ah! Ah! Oh! Oh! Ja, das ist ja so ein Computer. Ja, das ist ja so ein Computer. Ja. 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 Okay. Okay. Oh, eine Quest. Das ist so schwer. Die sind jetzt alle. Ja. Ja. Ja, deswegen kannst du ja gut. Aber das ist interessant, also dass die Schüsse von denen du gar kein D machst. Die Schläge einfach mal, 20% oder so. Ja, die wollen ja nicht hin. Die Schläge einfach mal nicht hin. Ja. 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 Ja, die linke Hand. Guck, die wird so angezeigt. Ja. 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 Die muss man ziemlich sauber abdrängen, dann hätte man die bekommen, sonst explodiert die einfach, egal, schnack einfach durch. Nein, genau. Das war eigentlich scheißegal, weil die Gegner kommen so oder so. Das macht sogar keinen Unterschied. Ich weiß nicht, ob sie zu wenigen sind. Äh, zu mehr. Obwohl nicht. Zugleiche anzahlt die sonst auch. Du bist schon ein bisschen älterer gewesen, dann kann man jetzt nicht mehr schlafen. Fuck, oh fuck. Ja. Fuck, ich hasse. Du, was ich auch hasse, ist der Typ da oben. Tja. Das war jetzt sogar. Oh, je. Hey! Ich wollte doch keinen Dreh drücken. Oh, nein, das ist der Typ. Ich kann ja auch zu dir waschen. Oh, 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 la, 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 la. Du musst noch eh noch drei legen. Ja, aber ich muss den exakt die Hände abschneiden. Nein, muss den nicht. Die leuchtet jetzt nur, weil du den abschneiden kannst, aber das ist nicht so eine andere die du brauchst. oh got it Hau dir mal an die Hände weg. Und die Beine. Der läuft vorne an. Der kann noch. Der will doch nur spielen. Boah, der tritt sich nicht mehr. Ich kann ihn aber behalten. Jetzt schneid die Beine. Huch, der zieht sich. Der ist weg. Weggestellt. Kaul. Huch. Na. So, das wärs. Da liegt noch was. Ja, das war nicht so perfekt. Ja, das war nicht so perfekt. Da hat's aber noch Glück. So, soll ich nochmal übernehmen? Ja, das hat noch mal Bock. Mach die Kiste kaputt, vielleicht ist da was dran. Da ist nix dran. Das weiß ich. Ich hab heute keinen Blick. Nicht schlecht. Hm, auch da die Post. Aber das hast du natürlich von hinten schon gesehen. Da ist nix dran. Die drei Bilderraum sind auch gut. Die lenken ab. Dann kommt da nämlich so irgendwie so eine Fotografen. Fühlbarin oder so. Echt? Dann sind die Gegner abgelenkt. Mach mal bitte. Ja, also wenn dann. Ich bin jetzt interessiert. Ähm, ja. Ich glaub ich hab mich gerade geheilt auszusehen. Ja. Ah. Ja, warte. Mach ich gleich. Wie hab ich das denn? LB halten. Weißt du? Und dann Rechter Trigger. Ja, nicht LB? Das ist dann LB? Und dann Trigger. Ja. Rechter. Rechter Trigger. Ah. Ja, komm. Geh mal da rein bitte. Hm. Na ja. Na ja. Na die der. Geht so ne. Das hab ich auch zu Hause tatsächlich. Das glaub ich dir sogar. Das ist trauriger. Ja. Ich bin so notgeil. Ich hab ein Hologramm erfunden. Einfach nur damit ich sowas haben kann. Hm. Nicht schlecht. Na ja, siehst du. Notenacht erfinderisch. Ja. Mal wieder in Riese. Mal wieder in Riese. Hä? Geh mal wieder. Die Frau macht den Mist fertig oder was? Nee, nee. Die Frau wird umgebracht. Nein. Und steigt nach 3 Tagen wieder aus ihrem Grab. Oder sie kriegt den Kopfschuss? Nein, das ist Mistral. Wer ist das? Aber sie ist zusammen. Raiden, was ist passiert? Deine Herzrate steigt. Ja, ich habe gerade eine Bühne gespürt. Okay, ich gehe für die Refinerei. Fuck, geht gut. Ach so. Nee, schlecht. Das war ja ganz lustig eigentlich. So, dann mal weiter. Was geht hier für mich? Alter, Frieder. Naja. Nicht schlecht. Oh Mann. Ich weiß, danke. Warum sagen die, dass bei mir liegt? Scheiß Spiel. Gut, dass die Körper explodiert werden. Ja, ne? Was macht man mit dem KP? Ach so, ich glaube, alles ist in den so verstärkten Waffen. Am Ende ins Kapitel. Was gibt es denn noch für Waffen dann? Also auch die RPG oder was? Nee. Äh, siehst du dann. Ich glaube, nach manchen Bossen gibt es dann so gedacht von dem Boss halt. Nachdem du den besiegt hast. Warum machst du das denn alles in den Stealth so lange? Ich muss ja immer nur einen Knopf drücken. Tja. Aber es ist nicht schnell. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Doch doch. Was machst du denn da jetzt? Ding aufs. Okay, ich gebe es. Wo ist das? Wo vient der Kann? Wo ist der Kann? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist die. Wo ist das? Da ist die Zeit, komme der Fall ی Was ist das? Wo ist das? Ach so klar, was der Fall ? probably you can cut your way through probably don't get cocky most likely it is desperado running security down there ich habe schon nie gesehen die kristin aber nein 20 min tri-bots eigentlich nicht nur das cooles design aber das ist so das das ist so das Gegenstück von so Baby-Gegnern weißt du so wie in Dead Space die Babys so klein die machen niemand Spaß die sind die sind nicht mehr die sind nicht mehr die sind nicht mehr Das war jetzt aber nicht, dass wir lösen werden. Das war jetzt aber nicht, dass wir lösen werden. Das war jetzt auf meinem Niveau, also nur so. Ja, das ist gar nicht, eigentlich. Das ist mir nicht. Geht doch mal weg. Gehen sie durch die Fabrik. Und lassen sie sich nicht erwischen von... Ja, vor allem, wenn die nach und nach alle nicht mehr funktionieren, dann merkt es ja auch keiner. Ja, ist halt wirklich. Ich kann gar nicht mal an Spinter Cellos erinnern. Hast du ein Ding kaputt geschossen, dann hast du überall Alarm. Ja, stimmt. So wie es sich gehört. Ja, eigentlich schon. Können wir auch mal zocken? Können wir mal. Weil da versagt man auch häufig. Das ist auch immer schön. Und vor allem ist es so, dass bei Spinter Cell... Ach komm, hast du... ... kann man richtig schlecht zielen. Da ist das Ziel, das dem was ich kann. Das ist so schön. Das macht richtig schön Fisch aus. Ja, machen wir das. Weil du bist so ein Meter von Typen entfernt, ziehst du auf den Kopf. Okay, jetzt ist er noch an. Komm, 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 komm. Ja, ich hab sie. Dann war's hier. K길, komm, komm, komm! Hey, komm, komm. Das ist ein Ding. Wie kann ich ihn nicht beschaffen? Warte Bien. Wir versuchen es zu gründen auch zu zweit. Wow. Hey, hey, hey. Cool, pad. Wow. Gel guess. Du bist endlich auf Desai, es hilft. Ja. Das ist ja der Fatality-Liveau. Ich glaub hier unten ist auch noch irgendwas. Oh, ausgefuchst. Ach ja, so ein... Hallo? Geht an. Nicht? Mach mal Cutie mal noch. Doch, wo? Jetzt verstopft. So ein versteckter Gegner. Ja, nicht schlecht. Ein versteckter Gegner, ja? Ja. Sag ich doch das nicht. Das gefällt mir. Gibt's glaub ich auch 5 oder irgendwie so. Ein versteckter Gegner. Hey, wie geil. Hm, naja, da. Ich find das cool. Das ist nicht schlecht, der das gefällt mir. Versteckter Gegner. Ähm, da. So, das weiß ich auch noch ein Secret hier irgendwo. Secret? Secret. Ich weiß nicht. Ja, spring in deinen Toten. Findest du ein Secret? Nee. Also nicht so in der Art ein Secret, sondern hier. Ja, das wollten wir da gar nicht spielen. Nee, da war noch irgendwas anderes. Vielleicht ist es doch erst am nächsten. Dass du dein Leben permanent erwöhnt, was? Oh. Da, ich seh's. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ja. Ja, genau. Hier. Da. Das ist es. Ja. Ach ja. So. Das haben wir 10%. Alter, geil. Auf jeden Fall. Ich hab davon gibt's auch 5? Ich was. Oder 10? Keine Ahnung. Boah, das gefällt mir jetzt schon. Auf jeden Fall. Jetzt sterbe ich nie wieder. Klar. So, ich glaub, jetzt kommt der Boss kommen. Ja. Der ist noch ziemlich cool. Ich schaff's ja mal beim ersten Mal. I dare you. I double dare you, motherfucker. Jack the Ripper. No one calls me that anymore. Dosaya, where is he? I can show you a better time than that cross to your bear. You're in charge here. I am Mistral. The cold wind of France. And you. Your reputation precedes you. Liberian, but white as snow. A natural born killer, even as a child. That was a long time ago. I was born in Algeria myself, you know? I'm only half French. And? We had our own civil war in the 90s. So, you see? Cut from this same cloth, you and I. You don't know me. I lost my whole family. Everything. Also, in accent. But I butchered those fuckers. My family's killers. That's when I realized, I am a killer too. And a good one at that. I slaughtered dozens in Iraq. In Afghanistan. I'd found my calling. You're proud of that, are you? What happened, happened. To be honest, I found it quite dull. He's also a pretty cool cyborg. My enemies were like in domino. One after another. Not once did I get into account. I was going to drift without challenge with our purpose. And in times I even envy my dream. But wait till they're there. At least they had the cost to die for. Ich weiß entgegnern, die noch so kleine Minions rufen. Also gleichzeitig. Ja, das hasse ich auch. Aber die haben ja auch ihren Sinn. Still? So naiv. Und wenn ich sie töten muss, um sie zu schützen, dann geht es so. Es scheint, wir haben weniger in common als ich dachte. Ich nehme das als Kompliment. Wenn du für deine Ideen töten würdest, dann sicherlich bist du bereit für sie zu sterben. Okay, na gut, cool. Okay, na gut, cool. What the fuck? Hm. Ziemlich krass. Alter, nicht schlecht. Okay, das kommt total gut. Das ist ein geiles Gegner-Design. Auf jeden Fall. Ja. Da haben wir echt. Wie viel Tybara gehabt. Obwohl. Ai, ai, ai. Oh, ich dachte, das kann man gar nicht mehr. Ich glaube, das ist auch das einzige Lied, wo dann später eine Frau singt. Das ist noch so leicht. Das ist auch so leicht. Hey Let's have a little fun Here we go Mensch Pointless Oh Die Die Over here Over here Over here Also ich finde die Bosskämpfer hatten in diesem Spiel, das ist wirklich das Highlight, jeder Bosskampf in diesem Spiel, das ist so genial. Vor allen Dingen sind die auch eigentlich richtig fordernd, wenn man die nicht 20 mal gemacht hat. Ist zwar schon was her, aber trotzdem. Die sind auch schön verschieden. Ja, auf jeden Fall. Komplett anders. Ja 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 schaffen sie das äh was ist und es explodiert natürlich was die ganzen das ist das nächste muss ich zuerst versuchen es ist ganz schön Der Nächste. Da war voll bescheid, dann sterb ich kurz und dann kannst du nicht. Riff, nein, warte! Doch, du bist der Nächste. Aber ich sag's nicht. Ich kann auch nicht für den Nächste. Ich sag's nicht für den Bart. Der Bart von dem Typen. Der Bart? Nein. Fast. Silbernächster. Du wirst nie fallen. Was? Was ist das hier? Schettel. Was ist das hier? Du sagst. Mister, ich... Du wirst nie... Sie spricht nicht mit dir, Idiot. Du! Du hast ihn getötet. Du hast dich nicht getötet. Du hast ihn getötet. Es ist vorbei, ich bin. Entschuldig. Du hast ihn getötet. Du hast ihn getötet. Du hast ihn getötet. Warum würde ich getötet? Du bist genau das, was ich will. Shit. Oh. Das hat aber gut gerufen. Ich gebe dir die Schuld. Ja. Ich hab ihn getötet. Aber jetzt. Sie werden frei. Sie werden frei. Und dann. Sie werden frei. Ja. Oh. Das ist eine Art. Das ist eine Art. Das ist eine Art. Herr. Du bist so, blöchig. Ridele? Ridele! Was passiert? so ich glaube das ist das ende des kapitels ja leute dann würde ich sagen haben wir das auch abgehakt das war der erste staatsstreich der erste staatsstreich da stets ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal leute danke fürs zuschauen